Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu... Jetzt wollte ich Kerbel Space Program sagen. Nee, nicht Kerbel Space Program. Willkommen zurück zu Texit. In der letzten Folge haben wir unsere Kisten rübergeschleppt mit diesem erstaunlichen Werkzeug. Ähm, und ich würde sagen, dass wir in dieser Folge den Server mal rausholen. Oder die Werkbänke müssen auch weg. Da wir dieses Mal ja alles auf derselben Ebene haben werden wahrscheinlich. Wird es auf der einen Seite viel einfacher, auf der anderen Seite könnte es natürlich interessant werden. Denn ich würde hier die Werkbank hinpacken, hier das und hier das. So. Wir müssen auch irgendwoher die Lava kriegen. Und das ist natürlich weder so eine Sache. Ich würde oben gerne ein sehr cleanes Modul haben, ne. Das ist so... Da habe ich noch das Kabel unterbrochen, weil ja... Stimmt, die Lava brauchen wir hier nur unten, ne. Strom brauchen wir nur oben. Wir brauchen hier oben nur Strom. Oh mein Gott, ja. Da war was. So, jetzt hauen wir uns mal durch die Wand durch. Moinsen. Und jetzt wird abgebaut. Oh, hier stimmt das. Nein, das Display kriegt wir... Oh. Oh. Das ist so gut. Wir haben kein Display mehr in unserem Inventar. Oh shit, und da ist alles auch drin gewesen. Ne, okay, ich habe es aufgesammelt. Oh Gott, kurzer Herzinfarkt. Echt, ganz kurz, ey, wäre das ein Fakt jetzt gewesen. So, du bist der erste Server, und deswegen kommst du gleich hier hinten hin. Ganz easy. Das Display tun wir oben wieder montieren. Ich würde das hier auf der Höhe jetzt hier platzieren, zack. Bis wir diese Vertiefelung haben, brauchen wir das sofort. Und dann, das können wir weg, können wir uns von drüben auch den Ofen holen. Denn, das schließen wir ja dann auch mit unserem System direkt an. Bedeutet, wir brauchen das gar nicht. Also, da drüben. Alles wird zentral gesteuert von unserem System. Das Problem könnte natürlich dann wieder nach einer Zeit sein, wenn zu wenig Lava da ist, dann wird das halt ein bisschen blöd. So, wir müssen mal nach oben und das alles raiden anfangen. Oder wir müssen dich mal nach oben raiden. Oh, shit. Ich gehe in die Kabel, guck, nee. Aber warum kriege ich dann Fagile Lava Shards? Und zwar in Tonnen. Das sieht keiner. Das sieht absolut keiner. Ihr habt das auch nicht gesehen. Habt ihr was gesehen? Das war eine Battery Bank. Klick. Jetzt wollen wir den Rest auch gleich ab. Na genau, du kriegst sie anders. Du bist ja wieder egoistisch anders. Klick, klack, hier, ne. Das hätten wir schon mal. Ah ne, da hinten wollte ich die Battery Bank hinwohnen. Genau, da war was. Hier sollte die Battery Bank hinkommen. Dann tun wir jetzt Fangen wir mal Hier an, da mit. Und dann Zwei Flüssigkeitsrohre Und der Lavapolose dann da war. Ah, du musst einmal umgedreht werden, genau damit du auffüllst. So perfekt. Jetzt bumsen die Teile voll. Die Energie müsste schon auf unseren Core gehen. Perfekt. Und damit können wir jetzt die 1K-Teile hier wieder reinsetzen. Anordnen. Klick, klack. So. Weil die Batterien sind auch. Warum sind die wieder nicht voll, hä? Wenn die sich nur angeordnet sind, oder was? 50 Typen hier? Hier ist ein Typ frei. What? Hab ich noch die Erdblöcke? Ah ne, warte mal. Hier ist ja alles jetzt geradet. So. Das ist schon ein abbruchbereites Hüttchen hier. Die Hütte ist zum Abbruch bereit, Jungs. Schicht den Hammer vorbei. Wir brauchen noch geschmolzenen Dreck. Haben wir davon noch was? So, haben wir. Easy. Und hier finden noch Türen. Oh, scheiße. Unangenehm. Unangenehm. Warte mal. Sind das die Blocks? No. Das sind andere Blocks. Wo ist der denn? Was war denn das für ein Block? White Bricks. Die hab ich eben nicht, ne? Und dann hier. Klack, klack. So ganz easy. So. Und dann. Das können wir jetzt auch von woanders her beliefern. Liefern. Dann kommt hier nicht auch noch so ein Türbalken rein. Warte mal, das muss ich jetzt so machen. So. Der Türbalken, den müssen wir uns jetzt auch anschauen, wie wir machen. Ob es da ein schönes Hölzle gibt oder ob wir das anders überlegen müssen. Nehmen wir mal die beiden hier. Ja, das hat schon was, das hat schon was. Äh, ich brauche kurz aus meine... Oh, es ist schön, es ist alles wieder. Äh, ah, nee, weil ich hab ein Bier drin. Hab schon gedacht, dass mein Inventar nicht übernommen wurde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zack. Auf die schnelle ein paar Türchen. Easy hier. So. Ganz normaler Dach. Kommen wir noch Decke und Glas, aber ich glaub Sand haben wir noch. Vielleicht sollten wir die Maschinen dann nach hier drüben stellen. Wie man denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, dann machen wir einfach sieben frei. Ja, wir atmen mal sieben frei. Das ist zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hoch. Und tun erstmal hier das Verbinden. Und das hier oben auch anschließen. Hier und neu, alles zu, perfekt. Irgendwann gibt's eh das Ganze zum Verdecken auch noch, dann haben wir eh da wieder Ruhe. Aber jetzt aktuell ist es halt noch rudimentär gelöst, der Umzug. Aber Hauptsache, wir sind mal in eine größere Wohnung umgezogen. Hier, warte mal. Wir tun jetzt mal nach hinten. Hier ist der Simple Furnace. Der ist wichtig. Dann kommt der Alloy Smelter. Der ist auch wichtig. Dann kommen die beiden Sachen. Der eine, da müssen wir eh schauen, wie wir das machen, weil der braucht ja mehr. So. Wire Charger. Der ist ja nicht so wichtig. Und dann die beiden Sachen. Das ist halt, da siehst du es ja nicht, da ist es ja wurscht, aber da siehst du es halt durch, ne? Und das ist dann halt unangenehm. So. Und jetzt kommt das auf, was ich mich nicht freue, die Nacht. Ich brauche den Sand. So. Machen wir mal eine Tonne Sand als Glas. In unserem Ofen. Zack rein. Ah, die war noch das L aus mir da. Neue Anordnung. Zack. Und jetzt kommt hier auch, als kann sie es auch nicht mehr nehmen. Jetzt gehen wir mal schnell pennen. Noch in der alten Hütte. Lass dich schlafen, lass mich schlafen, lass mich schlafen. Ich kann nur nachts schlafen, ihr könnt mich mal. Bin nacht aktiv, Jungs. Was wisst ihr? Nuller nachts aufnehmen und so, ne? Ich habe mir überlegt, dass ich mal, vielleicht die Tage, wie ihr mal streamen. Dann müsst ihr mir mal sagen, was ihr davon denkt, ob wir mal wieder einen Stream machen wollen oder nicht. Ich hätte dann über das Nachgelenken gedacht, wie Turbo Space Program oder Schlacht in Mittelerde versuchen, um eine Mission zu machen. Ne? Also das müsst ihr dann entscheiden, ob ihr mal wieder Bock auf den Stream oder wie schaut es dabei aus. Aber ich bin am nächsten Woche, Mittwoch in Homeschooling. Und ja, da hätte ich natürlich dementsprechend auch wieder mal Zeit. Oder mehr Zeit. Was natürlich auch praktisch ist, ne? Weil dann können wir ganz gemütlich ein paar Spielchen spielen. Und ja, wäre gleich gar nicht so doof, bevor das sich wieder ändert. So, warum war ich noch close damit? Ah, das kam aus der Maschine raus. Warte mal, das kommt hier wieder rein. Was ist mit meinem, mit meinem, passiert? Wo ist der? Habe ich den hier reingeschmissen? Mein Ranch ist weg. Was soll das denn jetzt? Ist doch nicht kaputt gegangen. Oder habe ich den hier abgelegt? War vollkommen auf die Währung, ne? Was ist denn? Ah, da mache ich mir halt neun. Ist doch mir wurscht. Ist doch mir wurscht. Und wenn ich es schreiben könnte, wäre es auch praktisch ne? Wrench damals doch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da wäre es so ein Precision Wrench. Geht der auch? Ein Tesla Ranch. Jetzt im Ernst. Tesla. Kidding me. Mann, ich brauche nicht mehr. Vita Ranch. Ich wette, es war der eine, den Tag zu sehen. War mal da. Ne, war nicht. Du bist ein Thermal Expansion Sache. Wir suchen jetzt einfach. Hier. Und wenn ich nicht das Bild klein machen würde, wäre auch alles okay. Alt, G und Q. Ich habe wohl nicht gerade auf Tab gedrückt. Das war nicht gut. Thermal. Dann schauen wir hier einfach irgendwo. Muss das nicht sein. Warum geht es eigentlich hier nur so ein Basic Tanks? Kann man die nicht irgendwie upgraden? So wie hier. Dass die dann irgendwie erweitert werden. Besser, schneller, größer, weiter, hinaus. In die weite Wildnis hinaus. Wo ist sie da haben? Oh, ein Ranch. Ranch. Goldmüll. Aha, 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 aha. Akupferschwert. Platin-Schwert. Beziehungsweise richtig Damage macht. Wahrscheinlich nicht so. Hm. Da ist er. Und noch Rollgabenschlüsse Zinn und Eisenbahn. Zinn, Tintin, Tintin werden wir mitgegeben worden, oder? Tintin wird da haben wir noch um einen. Eventuell nicht so empfehlenswert in diesem Fall. Aber scheiß drauf, wir brauchen es. Wahrscheinlich finde ich genau dann... Habe ich den Schlüssel wieder. Ich kenne mich doch. Ich finde dann die Sachen wieder, wenn ich sie doppelt habe. So. Ups. Ein bisschen Glas haben wir schon. Also deswegen müssen wir eine E-Cobblestone sammeln, damit wir den Cobblestone wiederum verwandeln können. Und das Glas. Obwohl, ihr siehst du nicht mal gescheite mit dem Inventar. Das könnte unangenehm werden. So. Easy. Kalabrisi. Ganz, ganz easy. Werden hier die Fenster angebracht. Der hätte ein Stack locker gereicht. Jetzt sind wir durch, ne? Wir nehmen einfach den Rest mal raus, die Energiekübe. Nein, macht das aus! Wollt den restlichen Sand retten. Und die Regel, die ich mir jetzt erstelle, ist, dass ich alles in Vanilla da reinlege. Weil ansonsten wird das ein Chaos. Was? So. So. Wollen wir noch ein Dach. Aber ich glaube, den Stein sammle ich wirklich in der Zwischenfolge. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann dürft ihr mir eine slappen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Wollen wir uns in der Zwischenfolge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020